immer der gleiche mit dem was hieß ich denn 1 20 oder nicht zwischen 21 22 das machen wir aber auch nicht mehr eine feste zeit und gut ist habe ich ja beim nächsten ja jetzt stelle vor die ist ein drei stück daumen um 9 und das kommt erst um 10 da warst du erst mal eine stunde ja das wie mit wir hatten mit halten sich mit neujahr und weihnachten frei techniker wird vorbeikommen am zuschauen marcel oder ich bin jetzt aber traurig tetti weil er geschrieben hat nein ich will nicht knuppi hören ich lese die kommentare vor die klauen meine jobs ob ich den stream stream kann die bestimmt können das ganze renn wo zwei zugucken oder herr ich kann sich ja vor deinem fernseh stellen und mit deinem handy dich dann so filmen ja ich habe ja auch schon eigentlich eine einladung schickt das ist klar gefühlt glück euch allen und wenn du was soll noch geht vielleicht sind die anderen kosten kann man das so machen mit denen ich muss morgen arbeiten 6 auf arbeit sein ich auch ich bin immer noch 6 Uhr auf der arbeit sein doch ist so ich meine es gut es ging nur um das arbeiten es ging nicht so dumm wie hat mir meine einladung geschickt für irgendwas für die lobby ich gehe aber um ein anderes game nach dem cvc sowas ist mir nicht angezeigt manu ich kann die nicht einladen er kann ja über die party schon einladen ich habe gerade erst gestartet ok viel spaß enrico auf arbeit das ist ein passiv modus an cast nach von alten weil er passiv ist wo sie modus wie heißt der eine heißt der freitag doch sieht so aus auch warum was mit dem gab wir grad sagen wir haben wir nicht gegenüber stellen fliegt nicht noch jacke und für den noch einer ne die sind zu 5 ja bei uns ist aber der domi mit der lobby ist andy schon im spiel chat gut dass du sagst ich war lautlos du warst lautlos also die haben wohl lila das ging ja das ist irgendwie bonbon rot oder sowas nach hier mal platzen doch kack aus wenn neben unseren blauen autos und orangen ist steht ist nur auf der lobby und er höchst den rangen ja gewusst wie ne 800 rb für stammkast ich weiß auch nicht warum ich das jedes mal bekomme wenn ich nicht das war das ist ein ständig um morgen würde ich gerne wenn ein cd machen wo ist weil dann habe ich kein bock mehr auf geht hier auch aus mit bis zu anaboyen ich verstehe ich jetzt nicht ich hab dir auch mal eine einladung schicken einladungslobby oder was ja also crewlobby es steht auf jeden fall nicht da wo marcel ist wo steht denn hier alle im casino ich hab's gesehen da kann ich das noch am rad drehen im spiel chat hört man mich jetzt nicht wenn ich auf zuschauern gehe du bist in einer party du bist in einer party mit der party chat übertragen ja genau ja aber auf dem spiel chat wechseln um mit den anderen kurz zu quatschen deswegen das weiß ich nicht ob das spiel das dann da ist hm ich glaube ich kann nicht fahren meine finger machen nicht so richtig das was wir sagen ja die meinten nur gerade ziemlich kalt immer so als im auftauen hm ich glaube mein charakter der ist auch krank ich hab damit ins krankenhaus liegt aber nicht am charakter das liegt eher an dir ich? ja das ist was anderes ja rechts ist noch am platz frei da muss noch einer hin krankheiten die gibt es noch gar nicht und das wurde jetzt alles auf der typ festgehalten richtig das ist gar nicht schlimm ja wir können ja mal kurz in spiel chat schauen ja lass mal kurz rüber wechseln lass uns mal voll lass uns lass uns tschüss knuppi daaa wer noch daaa wer noch ich die mama ich glaub wir sind voll aber alone ich glaub wir sind voll aber alone ich glaub wir sind voll aber alone ja ja marius du müsstest mal dein auto umparken stehst du weit links immer die park einmal rum immer dieses stanzer immer dieses stanzer hier der ding über steht kein auto eben hatten sie noch eben hatten sie noch 5 so stehen jetzt hier der 5. ist wohl gerade weggefahren moin moin wo da es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unglaublich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wir haben uns natürlich ein bisschen gewunden, ne? Das war nicht ein Schuss in den Ofen für die Wirt. Ist das was Neues? Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ja, schaut da. Marcel schaut schon zu, der war jetzt gerade von mir weg. Ich weiß jetzt nicht wem... Ich weiß nur nicht wem er zuschaut. Guten Abend, wie du erscheinst bitte. Ich weiß nicht, wie du. 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 Ähm, während das hier passiert, bleiben wir aber dann Partychat, ne? Du machst das schon und so bist unser Meister. Du hast vom Besten gelernt und hast ihn überholt. Du hast ihn überholt. Wuii. Wuii. Jupp. Wohin genau. Wollen wir machen? Ich glaube, es gibt Ärger, es gibt nur Probleme, ne? Ich weiß es nicht. Ne, es gibt glaube ich nur Probleme, weil der Zweikampf startet, oder? Genau deswegen. Ich weiß nicht, ob ich noch eins bewegen. Hm. Weißt du, es sind sieben Leute bei uns im Stream, die zuschauen, ja, und die kommentieren wie als ob sie 40 wären. Weißt du, sieben Leute und 60 Kommentare, weißt du, und dann ist es ja auch eher gut. Oh, da ist die Einladung. So, Andi, äh, ich geh dann mal hier zur Party, ne, Chat? Wir haben's dann gleich. So. Ja, was noch, Tobi? I stumm schalten, was soll das? Informeller Protest? Ja. Ihr Volk. Erst halte ich dich stumm. Ja. Ich wünsche euch viel Glück, ihr macht das schon. Jo, danke. Wird schon schief gehen. Tschüss. Ciao. Ich geh doch mal schnell pinkeln. Warum? So, Dobi stumm, Duki stumm. Der war ja stumm schön. Ja. Der war gut. Warum? Schacki. Ja. Super-Sword-Worgan. Ach, du hast auch nicht gestummt, bestimmt. Ein Merus. Incredible Louie. Okay. Ich mach mal mal Licht an. Ne, ich bin nie mit Licht gefahren. Nicht helles Licht. Nur Sofa-Licht und Wohnwand. So. Sofa-Licht und Wohnwand. So. Sofa-Licht und Wohnwand. Zwei. Drei. Einer kommt. Da sind wir. Spieler 10. Drei. Nein. Wir sind auch da. Ich denke. Hoffentlich bei den anderen. Danke. So. So. Erste Supersport. Immer ruhig. So. ja dann viel glück lassen die spiele beginnen kann ich starten ich hoffe doch oder lasst euch zeit bei der fahrzeugauswahl wir zumindest ja so hier erste war in eros richtig ich glaube wir sind hier schlagen gefahren ich nehme ich will dich nicht rein genau die punkte ab und was um ihr stumm geschaltet er also uns hören sie nicht ich habe ihn stumm geschalten wir sollten eher knuppig stumm schalten knuppig ist egal ich schalte ich bin anders an emma ross den krieger ich muss auf klo nein ich bin der frühen für den Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Der zweite gehört mir. Hat mir aber gerade überholt. Ja, ich war auch an Andy dran und dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist gut, Carsten. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, erster Rennen hier ist alles offen. Ah, fuck. Ich habe in der ersten Runde gleich einen Fehler gemacht. Ich bin zu eng gefahren. Ich fand ganz lustig zu sehen, wie zwei von denen die ganze Zeit fast identisch auf der Höhe waren. Also die hatten ja eine Fahrzeuge haben. Also die hatten ja eine Fahrzeuglänge Abstand, wenn überhaupt. Anderthalb Runden lang. Oder respawned. Das ist ein Problem mit einem Fehler. Und dann mit einem Fehler. Ne, weil alle Krieger. Ja. Man muss bedenken, die haben vielleicht nicht so die Erfahrung und haben vielleicht keinen Emerus gehabt zum Testen oder so. So wie wir. Dass die in den Flugpark vielleicht nicht haben. Ja gut, die haben ein paar Leute auch in der Kuh. Die sind Level 100 irgendwas. 100 oder 200 vielleicht. Ja, wenn man guckt. Ich habe den aber eine ordentliche Zeit reingedrückt. Okay. Du, nachdem ich den Fehler gemacht habe, ich bin voll auf Angriff gefahren. Dann von dann. Weil ich... Ne, ich... Ne, ich musste ja, weil ich war ja... Ich hatte... 6 Sekunden nach der ersten Runde hatte ich Rückstand auf dem letzten. Also auf dem vorletzten. Also muss ich ja noch... Ich bin ja noch... Scheiße. Arsten, alles gut. Ist doch alles gut gegangen. Ja. Es ist im Endeffekt die Gesamtplatzierung. Genau. Bedenke ich zum Beispiel. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Also von daher, ich bin auch nicht perfekt. Ja. Fuck. Delirium. Ja, Klassiker. Sport. Also Schieter auf jeden Fall. Ja. Ja. Alter, ich war schon lange nicht mehr so nervös von uns TVC. Keine Ahnung, das fing an gleich in der Erde, als es dann losging direkt. Die ganze Zeit davor ging es. Aber sobald das dann im Rennen drin war, fing es dann plötzlich an. Ja, sorry. Ich halte dem Druck nicht. Oh, sehr gut, Kasten, dass du mitdenkst. Ja gut, sonst nur Stream, aber da müsste man durchgucken. Ja gut, aber Domi würde es ja eh machen, von daher. Domi würde es ja eh machen, von daher. Dvinger, Turismo. Also Anja, Turismo Fahrt, Turismo. Shiborek bei Monkey. Nee, nee. Das ist einfach nur, weil das erste Fahrzeug ist. Ich hoffe ja, dass es regnet, weil dann hast du Turismo aufgeschmissen. Von uns wird keiner Turismo, ne? Nee. Sag mal, ich bestätige jetzt. Ja. Genau. Ich mach jetzt auch einen Reiz. Ist ja zwei Sekunden. Dann haben wir alle Turismo wieder. Ja, das ist richtig. Ja, das kommt jetzt aber auf. Ja, das kommt jetzt aber auf. Ja, das hätten wir ja auch machen können. Was soll das denn? Ja. Ja. Noch sind wir im Vorteil. Einfach ruhig runterfahren, den Stiefel. Ja. Schon wieder dieses. Eben bin ich gefahren. Das bringt jetzt die Hölle. Hier ein bisschen Regen. Ja. 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 Wirovon fahren mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Nur einer wieder vorhin dabei Das ist vollkommen okay Gewinnt nicht einer, sondern wir gewinnen als Team Die Punkte zielen Lagen wir auch da in 18 So gesehen Wir müssen einfach nur mehr Punkte sammeln als die Wenn es weiter geht, dann Jetzt komm ich langsam in den Floh rein Blude 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 Du hast doch aber echt geklappt gehabt Du hättest mal über die Kante fallen können Ja In dem Flood Flo Du Der ist dieser Floh War dir zu easy, dachte ich ja Nein 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 Ah Einfach um mich von der Pinta ohne einen zu überholen Hast du den noch ein Checkpoint verpasst? Nee Oder so Das ist schon länger auf 5 Und dann hast du mich für ihn geholt Also der eine von denen ist echt schnell unterwegs, ne? Oh Ludo, hau ab So So, das hat doch nicht langweilig sein Genau So machen wir das Alles klar Alles klar, schießt euch Ludo den Berg hier hoch Schießen ab Ich glaub du gibst so viele Gassen, oder? Warum kommst du dann mal so weit raus? Nee, ich hab übelste Fettschinger, ich hab gerade Hähnchen gefressen, ey Ich hab mich schnell reingeschraubt In die Schaufel eingeatmet, meinst du, oder was? So Kirby-Style Nee, Kirby-Style Nee, Kirby-Style Nee, Kirby-Style Nee, Kirby-Style Bei halbem Hähnchen brauchen wir schon ein paar Hähnchen Und dazu noch eine große von mir ein paar zu kommen ist, wa? Und so laut Ach, man muss doch gesund werden Ach, man muss doch gesund werden Es ist immer so laut Immer Ja? Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist eingesendet ich habe ausgesprochen dann macht mein handy vibration aber ich muss sagen mit der lightbong der ist echt nicht schlecht unterwegs auf der ist schnell vier runden sportwagen das knacken das knacken aber extra nur für dich halt die backen und geh kacken dann auch ruhig doch die eine minute ich will wenn ich da noch nur mit einmischen und an die 30 sekunden ich bin da mach ruhig du hast noch alle da sind immer so schnell mit auswählen die haben vielleicht nicht so viele autos das glaube ich auch ja nur das nötigste was man braucht ja könnte sein ja gut ich muss aber denken die fahren keine racing nicht wenn wir keine racing fahren würden würde ich auch keine standardfahrzeuge kaufen sondern nur alles was op ist woher darf man ja ich bin schlägt so kommt weg Jetzt ja ruhig. Ich war wohl kurz vor. Ich verstehe das mal, wenn man jetzt weit kommt. Mehr Wind nehmen, was ist wieder da? Ach, was ist das denn da? Was war ich denn lang, Alter? Das war nicht so ein Scheiß. Das überdrehe ich mich doch noch. Das war uncool, Andi. Ich werde mich die ganze Zeit im Training gar nicht so weit vorne rum gehabt. Warum musst du das wegmachen? Ich dachte, das ist ein Duell zwischen Me und Monkey. Ich lasse mich ja in Ruhe. Oh, jetzt hat Ars das ausgesprochen, hab ich die Probe vollkommen. Toll. Ähm, nein. Was? Ja, das kann ich schon mal erklären, warum. Warum? War nicht aus Versehen. Nee, das war gewollt. Ich will das eigentlich lernen. Ich bin Tone. Es war nicht gerade. Oder gar nicht. Ja, 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 ja. Wir sind auf dem Boden achter, das hat der Start und Ziel, dann wisst ihr, was ich da mache. Gas zippen oder was? Schön, wie scheucht, dass er die Kurve falsch nimmt. Marius Leckel von der Schiene aus. Perfekt, schön mitfahren. Wir beide. Wir sind aber auch in der Kurve. Ja, so wie ich. Aber Team Rocket reicht jetzt scheinbar. Ja, weil ich nicht wusste, wie die sind. Ja, da wussten wir auch nicht. Ja, aber wenn du guckst, wenn du guckst, der ehemalige Anwerber, der war ja richtig gut. Der war Level 85 oder so. Ja, und der war bei uns weiterkommt, weil er erst gelöscht worden ist. Ja, deswegen meine ich, er weiß nicht, was bei denen ist mit dem niedrigen Level. Ja, aber Carsten, solange du saß, du gibst deine beste Leistung, dann passt das doch. Fertig aus. Ja. Ja. Na mal so schnell weg im Training aber nicht, oder? Ne, ich war auch nicht so schnell. Doch, ich habe es immer wieder probiert. Ne, in der letzten Stunde hat es jetzt auch nicht geklappt. Ich lerne, da sagte ich, dass wir das können. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt Italy fahren, und nicht per Weyer. Fahren oder 4 hier. 1,46 die schnellste Runde, der Kevin. Ja. Warte, das war gestern, da hatten wir auch keinen guten Tag erwischt. Da haben wir alle keine sauberen Runden gehabt. Nicht wirklich? Ja, genau. Ich glaube nicht mal, da war durch eine 49 Jahre so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wenn wir so 1,50 machen, reicht halt, denke ich. Aktuell ist, es läuft alles noch plan, fertig aus. Ja. Mehr bei uns nicht Gedanken machen. Ja. Also, ich war gestern hier. Der Strecke ist echt gut unterwegs. Schnelligkeitstechnisch. Ja. Ja, ich wäre ja 50 kurz schneller wie jeder von euch gestern, was mich gewundert hat. Ja. Und da habe ich auch reingehustelt für die Sau, ey. Und da sind dazu Không-Inolnir. Achso, ich hab Belur. Ja. Italie. Bei dem auch, nein. Hier, ja. Und da kommen sie schon her. Und da haben sie mit des Parais přijaseltas. Nein, hier waren Micro. Kein takeaway … Ich habe belur. Ja, aber weil sie bestimmt die Karre nicht haben. Na, vor allem nicht mal das, vielleicht werden sie doch die Kohle von dem Fahrzeug nicht haben. Aber du kannst ja manchmal vielleicht was eben leisten von den Bähnen. Irgendein Leopard war schuldig. Nooo! Wie keiner zuschauen. Kann ich mich verlassen? Wahrscheinlich eh nur von denen. Ich schneide gleich wieder wie gestern, rot oder so. Keiner in den All-Shot-Club. Jetzt halten sie aber mit, ne? Vorne. Für euch, bisschen. Ne. Ich sehe ja nicht. Ich sehe nur die Fünfte. Ja, das ist, like, like, bon ist das. Bauen sie ja nicht. Naja, so weit weg ist noch nicht von euch. Wir haben nie passiert hier. Einer leckten den. Also, als schöne... bei der Bergstrecke. Und ich bin leckend überholt. Naja, der ist doch wie morgen schon rumgeleckt. Und einer schneller geleckt als du, oder was? Naja. Haha. Ich bin echt nicht entstanden. Aber der Zaunkar ist auch gerade extrem spät gespawnt, ne? Das habe ich genau gesehen. Ich sehe nur, dass dein Karren Dauer am Quallen ist. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Alte Sendung. Aber passt. Heute habt ihr alte, gute Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ich habe eine kleine Schräger, da muss ich zwischen der kleine und die Seitenwand fahren. Okay, Carsten. Der Leckbrock ist echt schnell, Alter. Ja. Prost. Der Leckbrock ist echt schnell, da muss ich nicht sagen. das ist nicht vorbei boah, hier in dem Ding habe ich lieber wusstet, ich bin am stoppen hier im Ding, der mit dem Ding ist entgegen und ich bin ein spazierenderer, dass wir den Knie zerstörern der ist glaube ich es ist nicht lustigen, der berlin liebbar und ich bin ein, was wir die Flasche nicht gelungen, was wir stehen schon lange und wir sind auch nicht die Flasche Ich glaube, der hat der Leica Borgerslader irgendwo eingeschlagen. Ja, das ist die Warte hängen geblieben. Ja, das bleibt dann nach der Schikane. Noch eine Runde, Alter, der Auto. Schön ist der. Nichts, 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 nichts. Nichts, nenhuma... Das ist eine Runde, Nacht. Ich denke, ich auch schon besser. Und leider viele Sachen mit dem O, Jawoll, einer abgeschossen auf nichts aufgegangen. Ich kann gleich Blattrad hängen an einem scheiß Ding. Ja, da war der echt schnell unterwegs. Ja, da war echt schnell. Hut ab, Alter. Ich hatte einen gravierenden Unfall gehabt in der letzten Runde gerade. Dafür bist du aber noch ganz weit gut nach vorne gekommen, Karsten. Ist doch gut. Ja. Ich war zählt da und dann habe ich trotzdem noch zwei oder drei Sachen gemacht. Wir sind trotzdem zwei Sekunden langsamer als im Training. Wettgewinnen, Wettgewinnen, lalalala. Oh, guck mal. Nee. Nee, ich war nur 100 gesetzt auf dem Obelix. Ja. Na, Karsten, den Platz holt sie dir noch. Das war die Schelfdruck-Hacker, oder? Ja. Kannst du. erst mal radio aus danke ja ich hab's immer noch drauf ich wollte es eigentlich noch geändert haben dass ihr noch zeit gehabt lexen und die sieben 50 55 die so weit fahren war treten zirkel von mr club in liverpool fc kloppo asia es gibt jemand der nicht schafft der nun skaten und schärfter hat nicht mal die v12 spielen bis jetzt jetzt habe ich den v12 doch der einzige gepanzert fährt weil ich den normalen nicht habe ich habe mir gepanzerten gekauft dazu brauche ich einen zweiten und ich finde vom fahrer ich mache keinen unterschied einzel unterschied ist der gepanzerte finde ich erst wenn ein crash oder so was das verbeugt nicht so ja gut das ist natürlich ein vortrag ja 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 Ich hab mich gerade aufgehoben. Oder eine, wie er gesagt hat. Die ich hier aufhören kann. Das ist die Qualität hier. Das ist die Qualität. Wir beide füllen. Das ist die Qualität. Afeuerung Alten. Wir sind nicht mehr als auch die Qualität, sondern sondern nur noch für den Qualität. Das ist die Qualität und auch für den Qualität. Ich versuche die Qualität. Ich gucke jetzt auch schon mehr wie Sau die Strecke. Wir haben drei Leute hier in der Schikane schon am Auto. Ja. Die Strecke ist so am Lecken, das ist so ein Kotzen. All right. Shit, ich bin wieder. Fuckin... Oh ne, ist da hingelblieben. Ah, wie ist das für den? Lach ist keiner, oder wo? Ja, hier in der Haarnadel gerade. War zu langsam, hat er in die Ecke mitgenommen. Ja, das habe ich fast immer auf der Strecke so. Ein bisschen mit Tomor. Okay. Das ist einfaches. Also, ich habe hier die Strecke. Ich glaube, das ist wieder gut. Okay, schön. Ja, ja, immer mal. Die Augen tun weh. Wie viele Frames sind das? Drei oder was? Jetzt wisst ihr, wie es mir in der Endzeit immer ging. Wie geht es mir in der Endzeit auf der Strecke? Die Strecke ist echt kornvoll. Wir sind zwar durch. Das ist gut, abgesehen von den Endl-Legendungen. Ich halte mich einmal voll abgeschossen. Zweite oder dritte Kurve, ich halte mich voll abgeschossen einmal. So, das ist trotzdem noch ganz gut. Die erste, die erste vier, passt. Das ist feiner nicht beendet. Das kostet Punkte ohne Ende. Nicht jetzt? Ja. Das ist mies. Natürlich. Hey, war zu schnell im Ziel. Ja. Wiehst du? Komm, Carsten, den kriegst du noch. Jetzt lassen wir mal für das Carsten gewinnt. Wir schmeißen den Regner ein paar Laternen hin. Dann wird Carsten erster und dann sind wir auf den ersten fünf. Würde mich nicht wundern. Tipper ist bald. Ja. 28,36, aber das schaue ich da nicht mehr. Ja, super. Deswegen schmeißen wir Laternen und du hast vorne weg. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt. Wir schmeißen Laternen und lassen Carsten gewinnen. Ja, sag ich ja. Ich hab's nur nochmal wiederholt. War mir schon klar. Ja, und ich hab schon wiederholt, dass du's wiederholt hast. So, dann hab ich nur darauf hingewiesen, dass ich's wiederholt hab. Ja. Oh, diesmal vier Runden? Ja. Woher fahren wir denn hier? Ich fahr hier Krieger. Seh ich da? Ich fahr hier Krieger, weil Autar... Ach, äh, Autarsteig. Immer was dreht sich mir hier zu schnell weg. Seid ihr nach der Änderung nochmal gefahren gestern, ne? Ja, die Änderungen sind aber fast nicht bemerkbar. Das ist halt nur leichte Balance-Performance-Sachen. Und dass es nicht so ruckelt und manche Sachen sich ein bisschen smoother ausziehen, wo du lang musst. Oh, ich hab's nicht gesehen, ich hab's mir halt gesetzt. Oh, oh, cool. Ja. So viel Vertrauen hast du in mir, ja? Weil ich vertraue nicht, dass du jetzt mit der Hosena hinsetzt. Ich bin ein armer Schröcker. Tausend verlieren will ich nicht. Ja? Ja, aufgrund. Ich bin an die... Anladung. Ich bremse immer am rechten Pfeiler. Da kommt die Bodenwelle da her. Fack, hätte ich gehen können. Ja, man rutscht da jetzt gar nicht. Ja, aber da oben drauf. Das ist mir ja noch nie nicht passiert. Die Rettung aufmachen in der Kurve, dann fachst du. Aber dann geht es scheinbar. Ja, die haben noch nie Rissen. Und ich falle in den Fluss. Das hat sich weggedreht. Aber nur ein bisschen. Loll, ich hasse diese Trommel. Komm, wir lassen die noch nicht ein Ding gewinnen. Man geht die Hunde bei uns. In Chinsäck. Zwei Stück vor. Ja. Ach, der Tier wie links hat weggenommen, ne? Ja. Aber du fährst doch nicht in den Laternen rein, wenn du dich köpfen willst an der Stelle. Ja. Ich hab die auch gesehen. Wenn man die Kurve ein bisschen links zerschneidet, sag ich mal, weil da so ein leichter Knick ist. Okay. Jetzt weit hinter mir. Die Säcke. Gut, ich hab's gesehen. Wir haben sie bestimmt getestet, weil der von Marcel ist und wir extrem geliebt war. Weil sie gedacht haben, könnten wir wohl extrem. Nein, wie kommt fast. Oh, jetzt geht er ja richtig los. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Willkommen. Jetzt weiß ich mich noch mal, ob sie pushen können, dass sie nicht rankommen, oder? Ja, einen kommst du! Ja, ich will Gas geben, stimmt. Jawohl, ein Schikane, einer. Oh Gott, dann war die Wand tot. Gut. Ich weiß, da hat er keine in der... ...zweite. Ja. Gut. Na, da ist er ein bisschen weit links. Schau, schau. Oh nein. Oh. Ich bin nicht mehr rumgekommen. Ich bin nicht mehr rumgekommen. Ich bin absolut nicht rumgekommen gerade. Schacke. 2 Säcke. Tycatschte. Wie Kacke, du denken, hab ich. Er riskiert gerade ganz schön viel. Er riskiert gerade ganz schön viel. Wie viel. Naja. Ich hab was eingemacht. Keine Ahnung, ich kam da gerade einfach nicht mehr von der Dings weg. Ist ja wohl wieder drin. so eine schallstrecke marius wollen wir parallel einflug machen gleich wenn wir den gas rausnehmen schaffen wir zusammen fängt rein, der ist kurz hinter euch da nein vorletzte kurve ziehen zwei an mir vorbei arsten alles gut wir haben gewonnen macht ihr keinen stress ja ich war vierter aber so schnell war ich auch noch nicht auf der schrecke glaube ich war die runde davor ne ne 155 ja weil er gepusht wurde ich bin mal und hat mich gepusht in der zweiten in der dritten Runde aus mit also bei mir war definitiv die dritte Runde wo mich mag und extrem gepusht hat er hinter mir gefahren ist da hätte ich die ganze vier nicht gewichtete wo kann man gut ist die voce von dir ist doch keine Ahnung ja richtig als gesamteam haben wir gewonnen ist das passiert und zwar ja nicht beendet ich habe meine Liste gewonnen ja ich habe meine Liste gewonnen ja ich habe meine Liste gewonnen 10 Punkte 10 Punkte schon paar Abwirkungen war dabei ne beim Schifter vor 12 weil ich mich einfach nur genervt habe einfach dass es permanent nur am lecken war diese Strecke ich glaube bei den ganzen Trainings jedes zweite Training hat bei mir nur geleckt und geruckelt diese Strecke 1,2 Petsen, lieber besser sein können, vielleicht auch 7 sein Carsten, ist doch trotzdem in Ordnung, wir haben jetzt 7 gewohnt Ja, Autos verkaufen wir Lass mal noch mal Endgame-Check gehen, glaube ich, am besten Und noch mal verlüftig bei die verabschieden bedanken und so weiter Hi Ich glaube, das merken die gleich, dass wir Endgame-Check Da sollten wir die Mann schreiben Ich mach jetzt mal Streamen aus Ja, ich mach jetzt Ja, ich mach jetzt Vielen Dank.